Nix, ne? Da paar Integmaschinen, ne? Hat die Woche Strom? Warum brauche ich alles Strom? Ist doch nicht wahr. Ja. Alles brauche ich in diesem Spiel Strom, Strom, Strom. Oh egal. Los. Jugo macht doch jetzt wohl... Samed Energy, achso. Dauert ja gar nicht mal lange. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum LionTv eigentlich da noch so ein T hat? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das einfach weil er stottert. Wenn man da so, ja mein LionTv... ...LionTv. Das kannst du haben, ja. Er wollte es wahrscheinlich einfach LionTv nennen. Dann hat er gestottert beim Tippen und dann hat er... Dann hat sie mir die Zugung bekommen... TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ... so schwastische epileptische Lehmigung weißt du. Ja, so wie du meinst du. Ja, genauso. Nur, dass ich nicht hässlich bin. Ouh, naja. Im Vergleich zu ihm. Bist du auch nicht schön. Worauf? Du bist also nicht okay? Entschuldigung? Hast du dich entschuldigt, weil du behindert bist, oder was? Ja, meine Löwenkinder Löwenkind ist ja das neue Hurensohn Oder? Hab ich so gelernt, weil du im Vlog Flash, das feiert, ey Ja klar fand ich das Bist du genauso behindert? Nö Doch Aber ich bin sozial Mein Arsch sozial, ja Centus steht da irgendwie schon drauf Nö Musst du was mit Arsch nehmen Immer Arsch, immer Arsch Arsch, Arsch tippen Was? Centus Mensch Das hast du jetzt gerade hier nicht gesagt, oder? Nö Schämlich Adrian? Ach, weil ich das vielleicht habe, soll ich mich schämen, oder wie? Hier, mit Zeit Aus dem Lied kommt der Sound Mach's jetzt bitte nicht so laut Nein, ich mach's hier drin nicht an Sound ist Gamer beschützt 100% Äh, also das nicht Kill ihn nicht Äh 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 Bin Dede Äh Äh Bin Dede Äh Warum ist das jetzt lichtgrau? Ich bin nämlich halt lichtgrau Ne? Ich war halt letztens laufen so Und dachte so Das warst du? Laufen So, joggen und so Das warst du? Ja, und das geile war halt, ich dachte mir so Ja, ich könnte jetzt langsam mal aufhören Bis zu denken Ja, ja Und dann hab ich so, okay, das nächste Lied läufst du noch durch Okay Komm zu und anderthalb Stunden Elektromix Okay, okay, okay Was ist? Ja, okay Ja, okay Ja, hm Ja, hm Ja, finde ich ganz okay Halt's Maulfleisch Loll Woffel Ich steh Ich krieg mein Fleisch nicht geschnitten Ja und? Ja Ja Aber ist Fleisch Alles ist besser Alles ist besser Alles ist besser Alles ist besser als Dede zu sein Ja, das sowieso Dede ist schwul Ich bin nur fein Alles ist besser als Dede zu sein Alles ist besser als Dede zu sein Haben wir noch Halt's Maul Dede Hey Dede? Dede? Hi Hi Dede, sollen wir die ganzen Leute wissen wo du wohnst? Hey Dede! Hey Dede! Ja Nichts Wunder dich nicht, die sind beide nur ein bisschen behindert Ich hab mir grad fast mit der Gabel in die Brust gestrochen Gestrochen? Halt dein Maul! Haltet eure Maul! Haltet eure Maul! Weißt du, der Der Typ der immer mit Grammatik rummeckert, ne? Fängt am besten an immer hier Halt dein Maul! Halt dein Maul! Halt dein Maul! Halt dein Maul! Habt er das vergessen Das hast du vergessen? Naja Der ist am Feuer verbrannt, ne? Ja lol lol rofil rotfelmem rotfelmem leel was ist jetzt mit dem äh draconikding hier ja ja warte ich guck grad mal was anderes darüber guck mal bei jebitor ja mach ich ja gerade ich hab grad geguckt wie das ritual geht welches ritual alter junge sinnig hilft recht für das ritual die ist mit dem drachenherz achso warte mal sein penis ist schwul alles ist besser warte ja ja die ist nicht cool ah ja bestimmt so ein bisschen behindert ne die da steht wie hart wie hart wie hart ich bin hart behindert was er ist hart im nehmen da musste das jetzt sein du hast ja gar nicht übersteuert oder so nein wer ich nein jungen alter warte mal so und dann so und dann hol mal wieder und dann sagt er nix muh muhahaha und du kannst nix machen außer leer machen irgendjemand ich das war das war bei dir der ultimi war zu schön schnief 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 so funktioniert das was ne was reagieren ähm oh mein gott lenni ist wie du sagst schließt meine md jetzt weiß ich nicht was du wolltest schnief ich weiß das selber nicht mehr ja hm wo waren wir grad stehen geblieben lenni schließt mal mein me ist mein storage hier an den fetten da ok dann brauche ich kabel nein und die bekommst du aber nicht ok dann adrian mit dem anschließen wird nicht komm her er hat doch kabel auch von mir geklaut das würde lenni lenni ich komme zu dir ne wenn du sie anschließt komme ich zu dir schlag dir in die fresse bind dich vor deinem rechner fest und dann und dann machst du das ja du machst das jetzt macht das schneller lädt ok sekunde sekunde oh und es ist abgestürzt lass dein bruder das ausrechnen der rechner braucht viel zu lange meinst du das gegen meines kleinen bruders so verkabeln und dann ja genau so wie ähm kerl kerl weiter noch ein paar blöcke ich schwöre dir lenni ne wenn du jetzt nicht kommst alter ich finde irgendwo im dunkel in den clan waschtonerana die kommen und die töten dich der soll kommen bei dir ja wie willst du dir denn transportieren sag hallo er kann das was meinst du ziehst den romanzug an und kommst du zu mir ja er hat das nicht ausgemacht er hat das nicht ausgemacht boah wtf ey du steuerst über ne steuerst immer ich steuer gerne außer steuern movie 43 was ist movie 43 über den film über den wir eben geredet haben das ist ein film mit dem man helfe einem anderen menschen jemand was blöcke